Hi Leute, wir machen heute ein Video, wie ich mit dem Jungo eine kleine Hunde Gasse gehe. Das war den Jungo, den habt ihr mal bei Minecraft Video 1, glaube ich, gesehen. Ja, bei 1 war er. Könnt ihr mal vorbeischauen, ist auf dem Kanal, Jungo muss kurz mal. So, dann zeige ich euch mal, wie ich mit dem Gasse gehe. Ja, komm, ist privat. Schau mal. Schau mal. Ah, das ist noch ein Welpe. Ja, ganz interessiert. Noch sehr verspielt, ja. So, wir müssen, glaube ich, gehen. Seht ihr es da hinten? Es wird dunkel. Es wird sehr dunkel, Leute. Wir wollen doch noch einen Gluck, weil wenn es regnet, muss ich leider aufhören. Weil, ja. Und meine Kamera nachts wird, eigentlich mein Handy. Beginnen wir mal. Ja, hier wohnen wir. Kann euch jetzt nicht das Ganze auszeigen. Leider privat. So. Und, komm, wisst ihr, wo ich wohne? Ja. Und der Jungo zieht auffall. Schau ich, halt, ist so die Leine. Ich wüsste nicht, wie man, wie sowas sie fühlt. Aber, ja. Wie find's so süß? Süß. Wir machen hier jede Woche mal so ein Training. Vielleicht kann ich auch mal ein Video von der Hundeschule machen. Solange wir nicht den Hundetrainer hin drauf tun, kann ich euch mal mit in die Hundeschule nehmen, Leute. Kein Flock. So, wenn der, ja. Leute, das... Wir sehen uns gleich, wenn ich die Kacke aufgehoben hab. So, Leute, ab. Die Kacke aufgehoben. Es ist schwer, mit einer Hand das aufzunehmen. Ach, da vorne kommt die Sonne raus. Dahinten wird's dunkel. Ich weiß nicht, in welchen Richtung. Ach, der Wind geht in die andere Richtung. Vielleicht kommt jetzt die Sonne raus. Ich weiß jetzt, ob ihr was sehen könnt. Aber jetzt kommt die Sonne raus. Das ist cool. Ja. Nehmen wir's mit. Django, sitz. Bleib. So. Komm. So. Ja. Ich mach' heute mal ne kleine Runde. Mein Antis mach' mir mal ne große Runde. Wenn's mal schön sonnig wird. Mach' ich mal... Mit ihm, wenn er auch mal größer ist, mach' ich auch mal Videos. Ja. Komm. Mein Mann muss mal eben mit ihm echt streng sein. Ja. Ich hab' heute glaube ich schon... Ich hab' heute glaube ich drei Videos hochgeladen. Leute. Ja. Einmal das Minecraft. Dann den Stein für den Monatag. Und jetzt noch das... Einmal zum Stein. Nein. Und dann noch das für... Ja. Dann noch das Video. Oh, jetzt geh' mal ins Dunkle, Leute. Hallo. Leute. Ich find' das gar nicht so einfach. Wenn der was will, dann kriegt er's auch. Ja, so sieht's bei uns aus. Kann jetzt leider nicht unsere ganze... Ähm... Ja. Stadt zeigen. Ja. Wenn ich größer bin, zeig'n mich, Leute. Wenn ich größer bin. Aber auch nur. Weil... Würde mich schon gerne zeigen, aber es ist... Ja, Führungssperre? Und was sagen meine Eltern, Leute? Aber er ist echt stark, Leute. Echt stark. Ich weiß nicht, ob ich renne und soll den Berg hoch. Leute. Wenn's zu schnell ist... Entschuldigung, wenn's zu schnell ist. So. Komm. Kiba, komm. So, Leute. Das könnt ihr leider nix sehen. So, jetzt. Komm. Hey. Der bockt immer. 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 Der bockt nicht auf. Das Bocken soll mal aufhören. Komm. Weiter. Ich kann euch ja mal unser Garten zeigen. Ich glaub jetzt... Nix. Ja. Meine Eltern sind schon zu Hause. Ich bin gerade eben allein unterwegs. Wie ihr seht. Ich bin allein hier. Sind auch gleich wieder da. Heute. Das hier ist unser Garten. Hier drüben könnt ihr gerade eben leider nix sehen. Sind die Bäume noch im Weg? Ja. So. So. Nein. Alter, Entschuldigung, dass ihr nur den Boden zieht. Ob ich soll mal mehr auf den Hund zeigen. Also Leute. Hier. So, das war's. Ja, Entschuldigung. Dann rennen wir noch eine Runde. Komm. Hallo, du magst doch rennen. Schaut. Leute. Sind wir noch hier rüber? Zeit. Ich sage mal, wenn wir oben sind. Oh, Wind geht. Weiß nicht, ob ihr alles hören könnt. Wind so. Wir können noch. Hallo. Jetzt, schaut mal. Schaut mal hin. Jetzt, schaut ihn mal an. Er bockt einfach. So, hier ist eine Rampe für ihn. Ja. Noch einmal frei. Dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, noch Tschüss. Tschüss. Tschüss.